Hallo Leute, willkommen zurück zu Rollercoaster Techon3 In der Nacht, wir machen jetzt erstmal wieder Tag, weil am Tag lagts nicht so sehr wie in der Nacht So, und wir haben letztes Mal hier unsere schöne Bilder ausgebaut Und ich seh grad, wir sind auch richtig weit gekommen eigentlich Und natürlich klingelt erstmal wieder das Handy-Wiss Was wäre nur, wenn das nicht klingeln würde, dann wäre irgendwas falsch Naja, wir bauen jetzt hier einfach mal weiter Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass es hier diese schicken Dinger gibt Aha Aha Interessant Ich muss jetzt erstmal kurz hier äh Schauen, was das so ist eigentlich Kann ich das da einfach nur so hin? So und fertig Oder was? Natürlich werden die Farben hier noch rot Aber Fett wäre ein bisschen... Fett ist zu übertrieben Aha, das sieht jetzt so aus Nein, nicht, nicht da rein vielleicht So, rot bitte Fangen wir vielleicht hier an So ist gut, dann machen wir Eins, zwei Ne Sollte es vielleicht hier hin machen Das wäre wichtiger Was ist der Fall? Ich muss also noch das Chutter und die anderen Dinger da hinkriegen Also die hier wieder weg Nun meine schräge Ich möchte nicht sagen Eine Frage Mann, das ist irgendwie komisch. Achso. So wäre es dann... Hä, ich bin gerade voll verwirrt wieder von diesen dummen Dingern. Das ist nicht dünn. Das ist auch dick, oder? Geht das hin noch? Ich denke schon. Ich denke nicht. Ich bin hier gerade noch am ausprobieren. Wie immer halt einfach. Ich denke, ich bleibe bei den anderen beiden. Ich könnte jetzt mal schauen, wie das dann hier aussieht. Wenn man da einfach... Ah, die passen ja wieder nicht hin, oder? War das nicht so? Wenn man das dann so machen würde... Was seht ihr wieder das? Ja, ja. Wüsst ihr eigentlich, dass ich Supporten recht ungern mag? Ich weiß, man kann es sich kaum vorstellen. Aber ich hasse es. Einfach, weil ich es nicht kann. Small. Wilde Maus. E.T.C. Was sind das für komische Geräusche da? So, wenn ich es dann da und da und da mache, dann passt es. Eins zu hoch. Eins zu niedrig, also muss ich es so machen. So, haben wir jetzt hier noch mal kurz den hier, ja, ich muss nachher noch Footer hinmachen, dann müsste das passen. Passt der? Nein, der passt nicht, aber der, der passt, Gott sei Dank. Wer ist das größte, wenn er nicht hingepasst hätte? Schön viel, dass es reicht, würde ich sagen, einfach. Genau, so ist gut. Perfekt. Mann, warum? Das reicht nicht und das ist zu hoch. Ich hasse das. Oh, der ist noch zu niedrig. Ich überlege gerade. Und die Überlegung ist einfach diese hier? Nein, nicht so. Sondern so. Was? So. So. Ist das hier so? ... so haben... ach man ein spiel soll so machen oder ach wisst ihr was das ist jetzt egal machen das jetzt einfach so schlimm ist es auch wieder nicht ich kann damit leben lebt auch damit oder ich weiß auch nicht es ist echt nervig dass man das ganz hoch ziehen muss immer und ich schaue immer auf die falsche bahn wo ich es hin mache sehr gut jetzt klappt es aber einigermaßen okay das könnte natürlich jetzt dauern ein bisschen bis wir hier durch sind naja passiert werden wir schon überleben na genau ich will so weiter haben also so passt es gut schon mal gut dass es auch nicht nervig ist und langweilig jetzt das könnte man dann so erzählen oder tun nebenbei dass das nicht so lahm ist ich weiß auch nicht also ohne witz das geht nicht da muss man so machen das fällt jetzt nicht so unglaublich auf zwar ein bisschen unrealistisch aber wie gesagt supporten kann ich halt nicht ich bin froh wenn das irgendwie nach was aussieht mit nach was meine ich nicht nach müll so das habe ich mir schon gedacht deswegen das ist auch nicht gut nichts passt hin nichts passt so der passt aber schon mal immerhin es ist so rot und so alles so rot ja ich habe es gefunden okay so komplette verwirrung so ja muss ich mir wieder so machen hoppla so perfekt ohje ohje wenn das jemand sieht, der das kann, der wird wahrscheinlich sich denken sich denken hör lieber auf mit dem Spiel kann ich aber auch verstehen was ich hier so baue, ja, ich weiß, da fehlt noch eine Stütze, aber ich mache jetzt erstmal die so dann müsste das die sein, oder? jawohl so, dann muss ich nochmal kurz ins Taschentuch rotzen, tut mir leid auf jeden Fall, was kann ich denn dafür, dass man bei Spacearm so lange anstehen muss? warum kommt sie damit zu mir? wenn es so geil ist, die Attraktion kann ich auch nichts dafür ich schwöre doch nicht so so raus, da haben wir bald geschafft weil, ähm, je niedriger die Bahn wird, desto schneller geht's natürlich so weiter geht's bis hier rüber aber hier muss gar kein Sinn es ist ja so ich ziehe